Ich bin nicht hier, oder wir sind nicht hier, um zu stören, auch wenn es... Nein, das heißt nur hier, um zu provozieren. Auch wenn es vielleicht gerade so ein Punkt wird, wir wollen auch nicht provozieren. Ja, Leute, mit der Tücher provozieren Sie nicht schon, weil wir immer in den AfD-Fücher zur SPD gingen, kamen gar nicht ein. Wir haben eine Demokratie-Lust auf jeden zu. Jeder kommt seine Meinung zu und jeder soll seine Meinung machen. Aber im Problem der Herren, wir wollen überhaupt nichts. Also, ich möchte weder provozieren, noch irgendwie die Fadenstattung stören. Worauf es uns ankommt, ist vor allem, dass man den Faden zueinander nicht verliert, dass man weiter diskutiert. Und genau solche Fragen, natürlich kann man sich einen Standtisch öffentlich nennen und genau diese Möglichkeit wollten wir an der Stelle auch wahrnehmen. Und zu sagen, hey, wenn der Standtisch öffentlich ist, dann wollen wir auch nicht so groß wahren. Ja, auch die Veranstaltung der SPD war öffentlich und ich wurde nicht reingelassen. Also, ich bin jetzt jetzt mit Bullard, ich bin schneiden, höchstens von mir, dass ich sie bekommen. Ja, ich komme mit. Und Bullard wird schon der nächsten, dritten Veranstaltung reich und ich komme mit uns sicher. Genau. Ja, okay. Ja, ich bin jetzt mit der Falle, aber dann, wo haben wir hängen mit dem? Ja, ich bin jetzt mit der Falle.